aber auch noch so viel herrlich kaum so recht aber ab ich hätte nicht das ist nicht achten die wir sind erlaubt aber das ist nicht die besucht so du hast ja um äh verschiedene Sachen wenn du das einmal rausnimmst und ich kann damit er kurz nach der Weg zu bleiben du verstehst was ich meine es ist eigentlich Glücksspiel, was die anderen nehmen, was du nimmst genau okay, kann ich irgendwo auf fertig klicken? damn Tränke sind auch so bad, Alter okay, 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 ich kette ich kette es danke, du kannst auch hier rausgucken und gucken, was die anderen haben oh, hi oh, jetzt hab ich versehentlich, jetzt hab ich einen dummen Ruf gemacht was denn? hier geht schon los, hier geht schon los, hey, cool ja, die erste, oh, na, na, na sorry, das war kein Teaming ich hab nur gesehen, dass du besseres Equipment hast und bin dann lieber weggelaufen geil dann hätte ich dich hier easy weggeschnitzelt ist das so, ja? die anderen haben sich schon gegeben aus dem Maul, das ist richtig hart ja, wo sind denn die? braucht man auch essen oder gucken hat man hier nicht? nee, nee Lull Dein Maul Halt, dein Maul, ist das dein Ernst, Alter? Fick deine Mutter, Junge lege dir, Alter legendär Es ist halt so lächerlich, Alter! Es ist halt... Alter, Junge, ohne Witz, Mann. Junge! Als man sich mal einspflanzen kann, Alter! Es ist so lächerlich, Alter! Es ist so lächerlich, Junge! Du bist so lächerlicher Hude-Sohn! Das ist geil, ich mach den Modus! Ich versuch mal was. Wie viel Euro muss man gewinnen? Ich glaub drei oder fünf, ich weiß es nicht mehr. Ach egal, wie viel Schwerte hab ich denn? Genug. Oh! Oh! Ich versuch mal was. Ich auch. Ich kann mich versuchen, das gleiche. Geh mal nicht zu mir, Jonas. Was denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Der eine ist hier irgendwie AFK oder so. Oh, kack, 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 kack! Wo bist du? Wo bist du, Sepi? Auf nem Baum! Ich bin ein Baumkind! ich bin ein baum camp werde ich auf einem baum stehe kaum stehst du auf bäume oder stehst du auf dem baum ja wo ist bist du auf dem baum bei grün hallo jona sehr effektiv dass er keine wusste das meinte ich übrigens als sie gesagt probier mal was ein herz ja ja komm lauer nicht hat ja nicht mal gestimmt doch ja ich habe direkt alter da hat die frisse anwesendlich dort noch gelobt ja weil ich wollte ich dachte man kann in der wettbewerb doch das war auch die ohne erster städte trank fein gelaufen m aber hat nicht funktioniert hier wie ab es auf wie viel als nicht so Ich habe eigentlich schon wirklich hart verkackt, ne? Oh, ich habe halt richtig hart verkackt, man. Du hast jetzt schon zwei Runden und dann hart verkackt. In der ersten Runde hast du komplett Eisen und Tier schwert verloren. Gegen Eisenschwert mit Lederrüstung. Ja, du hast ja auch Autoklicker an, man. Ach, jetzt, sorry. Ja, mach mal aus. Hab ich vergessen, da war ja was. Arschloch. Ich loszap, ne? Jaja. Jaja. Ey, wieso rennen sie weg? Sowohl. Die Runde kann ich gewinnen. Oh, hier ein Bogen. Die Runde kann ich gewinnen. Fotze, Alter, so eine Fotze. Die Runde kann ich gewinnen. Achso, wir sind übrigens nur noch zu dritt, ne, Jonas? Ja, hab ich schon gesehen. Weil der eine Left-Dirtge ist. Der war aber sowieso auf Klaus, deswegen ist das Stress egal. Auch schon. Hey, Jonas. Hey, Jonas. Alter, ist das ekelhaft. Er ist ja bitte dir. War halt kein Joke, ne? Da kann man halt wirklich einen hoch. Na komm doch. Na komm doch. Ich bin ja nicht bei dir. Ich will gar nicht sehen, wie du in meinem Baum gelaufen bist. Easy. Diese Infinity-Bo ist halt so OP, ne? Ja, und da warst du halt nur zwei. Hä? Bist du behindert? Hä, du hast nur zwei davon. Ich hab vier. Ich bin bereit. Oh, oh. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, okay. Oh, okay, geil. Ich bin zu behindert zum Schreiben. Oh. 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 Oh, oh. überkommt damit stumm machen kann in gar nicht da und schiebt aber okay das überraubend Prozent die großen ich war doch der anderen Moodle Lebo im wenn wir auch mit der Karte getroffen weiter und steht ja der buchst ja das ist ein geiles aim ok eigentlich ganz normal bist du jetzt aber das fack mich halt unnormal hat aber ich fack mich beide weg äh ich fack mich beide hä wo seid ihr ich mache beide weg hier wo seid ihr da auf dem baum das war aber ich ne doch guckend schätzt er quittet einfach ist schon drei herzen jetzt wegen hier so wie passiert wo bist du ich weiß nicht Tomolo Käse dazu um für Mimini mit mir Mimini macht mir auch immer ein Jahr ja ich weiß ich bin scheitert okay wenn ich bitte bei der Lüge der Da kam der fette Tumor wieder durch, Leute. Nein, das sollte man lieber einen mehr anmerken bei dir im Video, wenn du mal da bist mit dem Kopf. Ist weniger Schneidarbeit. Selbst erzählt, wie viele Dinge, das wird ein bisschen abfragwürdig. Hat er gerade 5 an. So, 3, best of 3 ist es schon mal nicht, das kann ich dich beruhigen. Lol, lol, ich hab den Skull einfach auf den Boden geplaced, jetzt ist er weg. Alter, dieser Bogen sollte rausgepatcht werden, jetzt ist er mal richtig abfuck. Komm, mach hin, Seppi. Seppi, mach hin, oh nice, danke. Oh nice, danke. Das ist nicht wahr, Junge, er hat so viel Schüler mit dem Chessbogen kämpft, Mann. Soll ich aufhören? Ja. Okay, hast du einen Bogen? Nein. Gut. Ach, Seppi, ich bin nicht behindert. Warte. Arschloch. Eines, aber wenn ich auch vergiftet habe, Mann. Hä, nice, ich hab, ich... Ah. Ah, scheiße. Es geht einfach auf Tränke, der fängt. Ich glaub's nicht. Ja, was soll ich denn sonst machen gegen dich? Gewinn. Also jetzt ohne, ohne, ohne Punkt habe ich jetzt, oder wie? Nö. Jetzt darfst du wieder mit Bogen benutzen. Nö, sagt er einfach. Neee. Ja, wahrscheinlich fickt es mein gesamtes Leben, Alter, aber Julo. Leute, warte mal, wieso wusste ich das nicht? Letzt wusste ich das. Hey. Hey. Ja, komm mit der fetten Goldrüstung auf Du, Mi, Alter. Lolls. Oh mein Gott, das ist nicht für dein Ernst. Machst du Katz, das kann ich auch. Der soll aber scheinbar nicht treffen, ha. Oh, doch, kann er. Schauts feiert. Hä, verschließt du, weil ich hab... Na. Ach, Jona. Ach, der Maul. Fuck, wie der ernst hast du noch? Das war close, Alter, das war wirklich close. Ne, sag mal jetzt bitte. Was? Sag mal ernsthaft jetzt. Was denn? Wie der ernst hast du noch? Nicht viele. Nicht viele. Weiß ich nicht, zwei oder so. Dein Ernst, eh nicht. Doch. Kann ich auch noch sehen. Weg. Ja, komm, skip, hier, komm, skip, hier, komm, skip, hier, komm, skip. Lord PvP. Nein, wehe. Boah, du bist so ein kleiner Bastard. Dieser Jörn so, nee, will doch nicht mehr. Nee, Mold, einfach rausgehen, danke. Du kleiner Bastard, Alter, das ist so schnell. Alter, was geht ab? Sam quittet Instant komplett. Sam quittet Instant komplett. Da habt ihr gerade in den Grayschen Sepp gesehen. Weil jemand aus dem Schleserzähl nicht ausmachen kann. Wolltest du keiner Bastard aufschauen? Alter, genau zum richtigen Wurz-Zeitpunkt reingekommen. Hat dein Maul, du bist auch so ein kleiner Wurz und so ein Erzähl. Buhrensöhne. Lieber Stegali, wir sind Leute in den Kommentaren, die du überhaupt mögen Sepp. Das stand ganz oft in den Kommentaren. Jetzt glaube ich nicht mehr. Wo spielst ihr denn? Ich nicht mehr. Ich bin Mold, ich muss immer einbissen. Jonas, wo spielst ihr denn? Ich bin so ein Vorfeld. Ich bin so ein Vorfeld. So, weg damit. Hä? Mold, nein, Mold, Mold. Rücken nicht mal, sofort. Wieder hoch, Mold. Kuhensöhne. Das ist doch Mold. Mold raus. Kuhensöhne. Tschüss.